Ich meine, wir waren ja hier überall schon, aber anscheinend habe ich das nicht so ganz durchsucht, durchstöbert. Ja, okay. Wäre jetzt gut gewesen, wenn es hier ein Codebuch gegeben hätte, aber nein. Das hier habe ich mir auch noch nicht angeschaut, glaube ich zumindest. Fink Manufactory, der Prophet präsentiert. Alkoholische Getränke. Seht die Faulen, den Faulen sah, ha? Diese Huren-Söhne. Zusammen zeugen sie die Vox Populi. Schickt sie mir, sagt Jeremy Fink. Ja, wir machen sie zu Arbeitern der Bossklasse. Okay. Gut, ich schicke dir gleich mal ein Lüssepiff hin. Die hat das ein bisschen nötig, würde ich sagen. Die hat das nötig. Da war ich auch schon, da war ich auch schon. Aber da war ich noch nicht. Ja, weil es da auch nichts gibt. Toll. So. Es gibt doch hier gar keinen Kleidungsladen. Am Ende verarschen die mich wieder nur. Hopp. Alle, ja. Hier waren wir auch schon. Aber da kann ich gleich noch was Geiles erzählen. Und zwar... ähm, der Fink und der äh, Albert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Musiker hieß. Das war ja sein Bruder. Die beiden sind durch die Risse gegangen. Und dadurch ähm, haben die so ein paar Forscher beobachtet, Freunde. Die haben die beobachtet. Der Jeremiah hat einen Biologen beobachtet, welcher wahrscheinlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, Genetik, ähm, experimentiert hat oder so. Und da hat er irgendwie dann wahrscheinlich Roboter Teile mit Menschen zusammengebaut. Und der andere, der Albert oder Alberto, keine Ahnung, wie der heißt, ähm, der hat irgendwelche bekannte Musikstücke geklaut, sag ich jetzt einfach mal. Oder vielleicht noch ein bisschen umgewandelt, aber im Endeffekt hat er es eh nur geklaut. So wie der Jeremiah die ganzen Sachen ähm, vom Biologen geklaut hat. Aber der hat dann das mit seiner Technologie zusammengebastelt. Und hat halt dadurch diesen Handyman erschaffen. Diesen halben Mensch, halb Roboter. So. Ja, hier ist es nicht. Hier waren wir auch schon. Tja, Freunde. Pech gehabt, würde ich sagen. Was? Wo kommt die denn her? Alter! Wie geht denn das? Wie ist denn das möglich? Von wo kommen die denn? Alter, verpisst euch mal. Ihr habt hier nichts zu melden, Freunde. Wo die jetzt herkommen? Aua! Alter Schwede! Das ist aber sehr komisch. Bäm, bäm. Von dort oben kommen die. Scheiße. Deko! Alter, der ist ja verdammt stark! Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin noch am suchen! Ja, dann sucht doch mal schneller! Mann! Kacke! Wieso sind die so stark? Verstehe ich gerade nicht. Das ist mir gerade zu hoch. Feuer! 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 Brenne! 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 Nieder! Brenne, du Missgeburt! Brenne in der Hölle! Kacke! Na komm, her damit! Danke! Ja, du brauchst aber ewig. Salz, okay. Komm, ich brauche ein größeres Schild irgendwie. Das wird so nix. wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ah, dort! Kacke! Kacke! Wow, das war knapp. Alter, wieso sind denn die so stark? Was haben denn die für eine Rüstung? Oh, Kacke! Oh, danke. Oh, ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Tausend Dank. Alter, das Präzisionsgewehr macht ja gar keinen Schaden. Das ist ja total hirnrissig. Aua. Zack! Ein Bosskopf und da ist er weg. Okay, dann muss hier noch irgendwo was sein. Verstehe ich aber nicht, hier war ich ja schon. Hm. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die jetzt herkamen. Ich hab doch alles durchsucht. Hä? Okay. Noch ein paar Randaliere sind immer gut. Naja, was soll's. Komm, wir gehen jetzt. Wir brauchen das Schiff nicht. Nochmal alles aufkaufen hier. Zack. Zack, zack, zack. Money, 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 Money. Immer Money her damit. Money, 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 gib her. Komm schon, mehr, 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 mehr. Ich brauch mehr. Ich brauch immer mehr. Danke. Wie? Ich hab doch grad Munition gekauft, was ist denn das? Ich hab doch grad alles voll gemacht. Ist ja Betrug. Betrug. Was ist das? Betrug. Okay. Aber jetzt geht's weiter. So. hier waren wir überall schon. Und ich finde es nicht. Doch es interessiert mich nicht. Denn sie wollen mich nur verarschen. Sie halten mich für ziemlich dumm. aber egal. Denn ich komm auch ohne Chiffre klar. Und jetzt gehen wir zu Comstock. Und wir vernichten ihn. Wenn es nicht anders geht. Es bleibt wohl keine andere Möglichkeit. auf zum Geballer. Betritt das Comstockhaus. Okay. Let's go. Let's go. Bada bada bang. Comstockhaus. Ich hole dem Mädchen was. Ja. Komm. Laber nicht. Gehe zum Comstockhaus. Alter Schwede. Ist das gruselig. Nein Spaß. Ja irgendwie. Doch. Irgendwie ist es schon gruselig. Alter. Wieso hat der auf einmal eine Brille. Was hat der da? Einen roten Bart. Ah. Rot Bart. Okay. 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 Ich benehme mich ja schon. Ach ja. Wir müssen ja unsere Schuld begleichen. Aber wieso müssen wir jetzt dort hoch? Ich meine wir könnten doch einfach abhauen. Na gut. Wir müssen der Elisabeth einfach mal ein bisschen was beibringen. Ein paar Manieren oder so. Wäre nicht schlecht. Und Comstock auch. Gleich mit. Alter. Ich glaube dort oben sitzt gerade jemand heftigst auf dem Klo. Freunde. Da ist was los auf dem Klo. Da gibt es ein heftiges Gewitter. Okay. Runter damit. Zack. Wow. Oh fuck. Das Songbird. Lass mich. Alter. Hey. Ich bin dein Freund. Ich mag dich. Autsch. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Wo bin ich? Drehen Sie uns die Kleine und täten Sie die Schuld. Scheiße. Das sind doch schon wieder die beiden. Lutez. Fuck. Was hat Lutez damit zu tun? Wir wollen die Schuld nicht tilgen. Okay. Alisabeth. Was sagst du? Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Okay. Ich mache alles was du sagst. Bringen Sie das Mädchen. Was gibt's hier? Aaaaaah. Der Songbird. Fuck. Es stürzt alles ein. Aaaaaah. Autsch. Wow. Fuck. Aaaaaah. Nein. 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 Was ist denn los? Es tut mir leid. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Das war falsch. Bring mich zurück. Bring mich... Wie jetzt? Nee. Nein. Elisabeth. Nein. Shit. Elisabeth! Elisabeth! Fuck. Elisabeth! Los. Wir müssen. Go. Wir müssen los. Shit. Ich stürzt alles ein. Wir müssen los. Komm schon. Fuck. 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 Was ist denn hier los? Komm nur, wenn du willst. Ich lasse nicht zu, dass du sie holst. Hörst du? Nein. Und wir wieder... Wir lassen sie nicht zu. Fuck. Was ist das denn für ein kranker Ort? Schnee. Es ist Juli. Ja, aber nicht hier. Hier ist alles möglich. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Was? Wer ist das? Shit. Die haben die. Elisabeth! Nein! Fuck, ey. Ne, ne, ne. Wir wollen nach Paris. Oh mein Gott. Unsere Lady Elisabeth. Was zum Teufel. Alter. Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Man schenkte uns Eden. Wir machten ein Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach Propheten. Bilde mir eine Nation von Fischern aus. Hm. Okay. Bitte lass ihn nicht durchgeknallt sein. Heretik. Anarchist. Okay. Pacifist. Handyman ist auch dabei. Fornicator. Okay. Scheiße, ey. Oh nein. Hier spinnen sie alle am Rad. Okay. Da ist er. Elisabeth. Ich bin bei der Flut. Sie wollen sicher wieder ihre Experimente machen. So geht das nicht. Scheiße. Ihre liebevolle. Fuck. Elisabeth. Wir retten dich. Wo bist du? Da ist er. Nein, da ist er nicht. Fuck. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Monster? Die ist da drinne. Area of the West Twigged. Scheiße. Wir müssen da irgendwie rein. Die bringen die noch um. энê. Ich gebe das jetzt halt.